Sonntagnachmittag im Marschwegstadion in Oldenburg. 3.700 Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Sonne und eine Begegnung, die es in sich hat. Der SC-Weiche Flensburg zu Gast beim Tabellenführer VfB Oldenburg, die sowohl in der Qualifikation als auch in der Meisterrunde nur ein Spiel verloren haben. Das Flensburger Team von Coach Klaus-Peter Nehmet verzeichnet bisher drei Niederlagen. Trotzdem heute aber die Chance, nochmal ganz nah heranzukommen in den VfB und vier Spieltage vor Saisonende nochmal von der Meisterschaft zu träumen. Sie müssen von Beginn an konzentriert auftreten, um der Oldenburger Kulisse und dem VfB etwas entgegensetzen zu können. Und der VfB hat alle Trümpfe in der eigenen Hand. Nach dem 0-0 gegen Lübeck wechselt Trainer Dario Vossi zweimal in der Startelf. Afam Ifadigo und Fabian Herbst heute auf der Bank, dafür Max Wegner und Gazi Siala in der Startelf. Flensburg unverändert nach dem 2-0-Erfolg gegen Atlas Damon Horst. Viertelstunde gespielt, erste Ecke, die Flanke von Raphael Brandt. Abgefälscht, Deichmann per Kopf. Zweites Tor für den 1,86 Meter großen Deichmann, groß geworden in der Jugend des HSV. Eine Änderung hat sich schon kurzzeitig ausgezahlt, denn es ist Gazi Siala, der den Ball entscheidend abfälscht. Es geht von Anfang an nur auf ein Tor. Der VfB mit Robert Zitarski und Kapitän Max Wegner. Von Weiche Flensburg bisher wenig bis gar nichts zu sehen, aber vielleicht mal jetzt mit Patrick Herrmann und dem Einwurf. Der ist weit und geht auf Christopher Kramer. Finn Wurrmann passt auf Marcel Kornils und der Versuch ist aus der zweiten Reihe. Dieser Abschluss symbolisch für das ungefährliche Flensburger Offensivspiel. Ganz im Gegenteil, die Offensivkraft der Oldenburger, die kombinieren sich nach Lust und Laune durch die gegnerische Hälfte und schießen auch nach Lust und Laune Tore. Adi Tula mit seinem sechsten Treffer. Er ist der beste Torschütze des VfB in dieser Saison. Da wird auch das Stellungsspiel der Flensburger ein Thema sein. Adi Tula und Wegner mit viel Platz in dieser Situation. Es ist eine temperamentvolle Begegnung, nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf der Trainerbank. Wird proaktiv mitgefiebert Dario Fossi, nachdem Deichmann die fünfte Gelbe gesehen hat, aufgebracht. Fossi holt sich ebenfalls eine gelbe Karte ab und versteht die Welt nicht mehr. Halbzeit im Topspiel und tobende Trainer, tolle Tore und viel Emotion rund um den Fußball aus deiner Region gibt es bei KICK TV. Wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere unseren YouTube-Channel, ring the bell und lass ein Like da. Das ist nach der folgenden Szene auch nicht mehr ganz so schwer. Raphael Brand mit der Ecke. Jo, das habt ihr richtig gesehen. Die hat er direkt reingehaut. Die können die Bälle heute auch vom Bratwurststand reinballern. Heute gelingt dem VfB alles. Torwart Raphael Straub ist noch dran und gibt den entscheidenden Spin für diesen Tor des Monatsaspiranten. 68. Spielminute, Freistoß Oldenburg und rein ins Glück. Das war Robert Zitarski, erster Treffer für Zitarski in der Meisterrunde. Unten links löst er sich von seinem Gegenspieler, der überhaupt keine Anstalten macht, ihm zu folgen. Aus Stensburger Sicht geht es hier nur noch um Schadensbegrenzung. Ermann mit dem Freistoß. Kommt der Ehrentreffer? Nein, denn jetzt ist Schluss. Der VfB schickt den direkten Konkurrenten auf die A7 und macht einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Oldenburg nur mit 8 Punkten Differenz Spitzenreiter und obwohl Weiche Flensburg ein Spiel weniger hat, scheint die Meisterschaft nicht mehr nehmbar. Wir hören beide Trainer. Ja, man strebt vielleicht nach den Titeln, das steht ja außer Frage. Aber wir wissen ja auch, dass es noch andere Mannschaften gibt, die eine hohe Qualität haben. Und wir werden natürlich nichtsdestotrotz alles versuchen, um am Ende auch eine Vizemeisterschaft zu erspielen, weil auch das ein großer Erfolg ist. Also die Jungs haben alles gegeben, haben auch eine gute Runde insgesamt gespielt. Aber es gibt halt Tage, da klappt es nicht, da läuft es nicht, so wie es heute war. Wir haben heute zu viele Fehler gemacht und dann muss man das auch akzeptieren. Aber wir haben schon eh mit der Mannschaft schon sehr lange darüber gesprochen, dass Druck nicht immer negativ sein muss. Und die großen Mannschaften, mit denen wir uns jetzt nicht vergleichen wollen, aber haben das jede Woche. Und wenn sie das ummodeln in positivem Druck, kann man über sich hinaus wachsen. Und das machen die Jungs. Nächster Termin zum über sich hinaus wachsen am nächsten Sonntag um 14 Uhr gegen Teutonia Ottensen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017